Sie sind hier 18. Oktober 2018, 10.56 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Cristiano Ronaldo will offenbar wieder mit James Rodriguez zusammenspielen, Urheberrecht, Getty Images, Cristiano Ronaldo fordert bei Juventus offenbar Verstärkungen für die Offensive. James Rodriguez vom FC Bayern soll auf der Wunschliste ganz oben stehen. Laut einer Meldung des italienischen Radiosenders Reichsport wünscht sich Cristiano Ronaldo bei seinem neuen Arbeitgeber Juventus Turin Unterstützung in der Offensive. Dabei soll Bayerns James Rodriguez in den Fokus geraten sein, beide spielten gemeinsam drei Jahre für Real Madrid, wo der Kolumbianer offiziell auch noch unter Vertrag steht. Die Bayern besitzen jedoch nach dieser Saison eine Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro, allerdings kamen zuletzt immer wieder Gerüchte auf, wonach sich James und Herneu-Coach Niko Kovac in München nicht ausreichend wertgeschätzt fühlt und auf mehr Einsatzzeit pocht 70 Millionen Euro für James. Pikant, Rodriguez und Ronaldo haben in Jorge Mendes denselben Berater und auch Adidas, James und Juves Ausrüster, könnte eine gewaltige Rolle einnehmen, wenn es um die Finanzierung der Ablösesumme geht, Anzeige, der ZN gratis testen und die Serie Alive. Livestreams, Live-DK und aktuelle Berichterstattung aus allen Ber. Mehr